Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic und ich habe heute vor, abendlich in den Sumpf zu gehen. Ich freu mich schon und ich kann das Fleisch eigentlich mal gerade braten. Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht. Die hatten mich echt gerne. Junge, Junge, Junge. Nein, du willst nicht. Ich vermute dich gleich, wenn es weiter so geht. Glaubst du, dass uns mal jemand von außerhalb besucht? Wohl kaum, was? Weil die kommen ja dann nicht mehr raus, oder? Ah. So war das. Weh, vergewaltigen. Ah. Ich brate auch mal mein Fleisch genau so an. Guck mal, wie viel Fleisch ich habe. Jetzt, wo du bei mir bist, können wir ja mal einigen Arschlöchern aufs Maul hauen. Die haben mich jahrelang getriezt. Wenn ich einen von denen sehe, dann sag ich ihnen die Meinung. Wir haben damals mehr ausgehalten. Ich halte dich da lieber mal. Jung, Junge, Junge. Das ist ein Grabo. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es sich hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Schon gut, schon gut. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Perfekt. Äh. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Mhm. Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketti. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Aha. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Joa, ich hab kein Ärger eigentlich. Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich steh aufschlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Na endlich. Junge, 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 er war verrückt vielleicht. Wo war denn, wo war denn, wo war denn? Rechnet das? Es regnet. Mensch, dann wird es ja feucht hier unten. Oh ja. So, äh, wenn es jetzt gerade regnet, kann man auch perfekt in den Sumpf. Wird man eh nass. Mal Parvents. Ich brauche gerne ein Navi. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge dir. Alles klar. Äh, wo bist du lang? Ach, da. Da gehen wir lang, okay. Ach, schön. Regen. Oh, die. Ist die. Gar nicht mehr da, oder? Hm. So. Also zu zweit fühlt man sich doch schon ganz sicher. Oh, hallo. Hallo. Damit rechne ich jetzt nicht. Na. Mal weiter. Ich halte dich nur ein bisschen manchmal auf. Was ist das denn da hinten? Was, was, was bist du? Waran. Waran. Mit der was? Kaum. Also ich würde sagen, dass wir die Kosten für das Training locker, locker, locker eingefohlt haben. Da hinten ist noch ein Wall. Zwei Schläge und der ist weg. Ja, locker ist denn die Kosten wieder weg. Also die Kurve ging extrem steil. Oh, oh. Nein. Falsche Person. Und diese Fliegen bringen aber noch so viel Geld. Guck mal, ich habe jetzt hier 90 an Wert. Da hinten ist noch einer. Hier ist eine Waldbeere. Na. 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 Also es ist äh... Gar nicht annähernd in einem schlechten Verhältnis. Ah. Sorry. Ich habe schon besungen. Dann ist Fleisch. Ah, ist schön. Hallo. Wenn ich das nächste Mal so einen Jägertypen treffe, dann mache ich auch noch das letzte Training. Da will ich aber jetzt noch gerade die Warane ficken. So, ich dachte, die wären immer so lahm, Warane. Wenn wir da die so zügig gerade halten. Ja. Warum kann ich den da nicht erwischen? Das versteht man da wieder nicht. Also den hier habe ich weggehauen. Den hier kann ich keinen Fünsche Schaden machen. Oh, ich kann ja aber noch die Pilze gerade mit einsetzen. Wieso habe ich denn jetzt die 80 Erfahrungspunkte bekommen? Ich habe euch gesehen. Nein. 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 Oh, waren das tatsächlich zwei Schläge, die ich gebraucht habe? Also, das ist ja unfassbar. Das kann nicht angehen. Zum Glück gibt es auch nur so wenig Wolf. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit, äh, mit, 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 ähm, Flick 3. Ja, der dritte Gegner ist ein Wolf. Und zwar. Ein Nachtschattengewächs. Meine Maulwurfsrotter. So, hier geht's an. Hallo. Wie gut, wenn man ein bisschen aufwärts ist. Oh, wer bist du denn? Ähm, ich glaube, es ist ein Schottenläufer, wenn ich's optisch erkannt habe. Ja. Mach ich keinen Schaden. Na, na. Boah. Na, komm schon. Ja. Ding ist, wenn ich dir keine Schaden machen kann, dann kannst du mir auch keine machen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wo bist du denn nochmal mein Typ? Ähm. Oh, hier, hast du dich doch verkrochen, oder? Hä? Ist er? Ähm. Ich weiß gerade nicht, wo er hin ist. Dann begeg ich mich halt selbst auf eigene Suche. Gut, dass diese Brücke stabil wirkt. Ähm. Na, ich weiß ja noch nicht so. Ich bin noch nicht so überzeugt von dem Ort hier. Irgendwie eher so aus, als würde das in eine Mine gehen, oder so. Ne, da werde ich noch nicht hin. Das sieht eher aus wie Late Game. Ähm. Alles ganz klar. Das ist die Brücke, ne? Äh. So, da hinten ist ja auch noch ein Weg. Vielleicht ist da ja auch der Typ. Und, äh. Richtig. Da hinten hat sich wieder der Schattenläufer verkrochen. Ich finde dich. Vielleicht. Bist du denn wieder? Hm? Okay, dieser Wald. Äh. Also, ich finde die Vertonung von dem Wald ist gut. mir gefällt mir die sound loops die gefallen nicht die gefällt die gefällt könnte ich bei einer weiblichen sache sagen so eine frau zum beispiel vor mir steht da würde ich sagen die gefällt mir oder die gefällt mir nicht die zeitung gefällt mir aber doch nicht bei die sound loops ich habe das gefühl verloren also jetzt nicht so nice finde okay ich werde wahrscheinlich auch ohne den dahin finden aber man stellt sich wieder die frage mit welchem level kann ich dir bitte schön dann angreifen darum ist das doch noch die korrekte wahl noch zu sein weil ganz im ernst also ich finde das halt schlimm mit dem mindest schaden wenn es nicht gibt wer ist das denn ist der das ist der das bei pharaes wieso ist der denn hier danke wir sind angekommen dort unten liegt das lager der bruderschaft gehe durch das tor und rede mit meinen brüdern ich bin sicher dass du den weg nicht umsonst gemacht hast frag nach kor kalom er hat die aufsicht über die novizen und die lehrer ich gehe zurück ins alte lager es gibt noch viele unwissende die auf den richtigen weg gebracht werden müssen viel glück richtig und hier mache ich einen weg ein cut bis zur nächsten folge und schenzen glück